Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben gehört von den Vorrednern, dass das Bayerische Rundfunkgesetz angepasst werden muss. Ich will mein Augenberg besonders auf 32a richten. Das ist die Stärkung der Kompetenz der Kontrollorgane. Der Verwaltungsrat hat mehr zu sagen bei Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Das ist doch eine gute Nachricht nach 70 Jahren Rundfunk, dass der Verwaltungsrat sich jetzt mehr um die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit kümmern muss. Liebe Frau Präsidentin, Sie sind ja auch gleich die Präsidentin, die Chefin des Verwaltungsrats. Ich bin voller Hoffnung, dass Sie von dieser Kompetenz ausführlich Gebrauch machen. Ich würde mal sofort damit beginnen, einen Einstellungsstopp zu verhängen beim Bayerischen Rundfunk. Wenn es doch dringende Ersatzfälle gibt, kann man die ja nachfüllen mit Mitarbeitern anderer Sender, die auch die gleiche Kompetenz haben. Wir wissen ja, dass bei der KEF jetzt wieder eine Erhöhung beantragt werden soll, dass Finanzmittel stark gemacht werden sollen. Da hoffe ich sehr, dass der Verwaltungsrat sich dieser Sache annimmt. Das andere Gremium ist der Rundfunkrat. Der soll mehr auf Richtlinien achten, auf Ausgewogenheit, die mir wichtig ist. Da denke ich, dass zunächst mal im Bewusstsein der Köpfe mancher Rundfunkräte etwas geändert werden muss. Sie sind nicht die Vertrauten und gar nicht die Leibwächter des Rundfunks. Sie sind die Kontrolleure im Rahmen der Öffentlichkeit. Und das müssen wir unbedingt stärker ausnutzen, dass wir darauf achten, dass die Berichterstattung ausgewogen ist. Das muss auch gelten für Sender anderer in der Gemeinschaft, in den Gemeinschaftssendungen, die wir sehen, in den Tagesthemen, Tagesschauern passieren oft unglaubliche Dinge, wo dann der Hörer des Bayerischen Rundfunks, der Beitragszahler verwiesen wird, das waren ja die anderen Sender, sind wir nicht zuständig. Da hat zum Beispiel in den Tagesthemen ein Kommentar gesprochen, gegen die Atomkraftwerke, von dem nicht gesagt wurde, dass er ein Parteifunktionär der Grünen ist. Der kann das ja machen, aber ich denke, die Transparenz verlangt, dass man seinen politischen Hintergrund darstellt. Darüber wird im Bayerischen Rundfunk nicht gesprochen, weil das ist ja eine Sache des WDR. Und ich denke, die Richtlinien, die jetzt aufgestellt werden müssen vom Rundfunkrat, müssen nicht nur formuliert werden, es muss auch ihre Einhaltung beachtet werden. Die Ausgewogenheit der Berichterstattung ist an vielen Dingen ganz fleckig. Wir kennen ja die Untersuchung, wie viele der Mitarbeiter von ARD und ZDF, Grün und Link sind. Das kann ja jeder in der Wahlkabine mit seinem Kreuzchen ausleben, aber in der Auswahl der Gäste, in der Auswahl der Zusammensetzung der Talkshows muss Objektivität und Ausgewogenheit herrschen. Und da denke ich, dass die Rundfunkräte gefordert sind, diese neuen Kompetenzen unbedingt wahrzunehmen. Ich bin selber einer von den 50, bin da oft in der Minderheit und hoffe aber sehr, dass wir da viel durchsetzen können. Die Rundfunkräte sind für das Publikum da und nicht für ihre Verbände. Ich danke schön. Vielen Dank.